Er ist noch barmherziger zu mir als meine Eltern. Er ist noch barmherziger zu mir als meine Eltern. Nochmals die Frage, warum fange ich damit an? Liebe Geschwister, und erstmal, wir lieben euch vor Allah, möge Allah uns unter seiner Liebe vereinen. Und dann wollen wir euch eins sagen, Wallahi, es schmerzt uns, es schmerzt uns, es schmerzt uns, wenn Muslime zu uns kommen und an diesem Tag zahlreich, die sagen, ja warum tut Allah das mit das? Das ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Das bedeutet, dass wir wenigstens. Allah Azamuja, wir kennen ihn nicht. Was haben die Palästinenser schon gemacht? Dass Allah sie bestraft. Subhanallah, wer hat dir gesagt, Allah bestraft? Ja, was ist das sonst, was ich im Fernsehen sehe? Ich sehe, dass kleine Kinder, dass Mütter abgeschrachtet werden. Ich sehe, dass die Männer, die unschuldig sind, zu bombardiert werden, bis sich nichts mehr bewegt auf dieser Erde, auf dieser heiligen Erde. Was soll das anderes sein als Strafe? Rallat. Rallat, ihr Akhi, fürchte Allah Azawajal und lerne erstmal, Allah Azawajal fängt. Erst dann kannst du vielleicht urteilen, was diese Angelegenheit wirklich bedeutet. Und wir wollen darüber reden, liebe Geschwister, dass wir auch Allah Azawajal verstehen lernen. Warum macht Allah Azawajal bestimmte Sachen? Warum gibt es Dinge, die uns zum Platzen bringen, während sie bei Allah Azawajal eine außerordentliche Gnade sind? Eine Rahmah, eine Barmherzigkeit. Und denkt ihr nicht, dass unsere Geschwister in Palästin, die jetzt zu bombardiert werden, wo ihre Häuser und ihre Moscheen zu bombardiert werden, und wo sie leichenweise liegen auf der Erde, glaube nicht das, was du in deinen eigenen Augen siehst. Was meine ich dann? Ein jeder wird sich sagen, subhanallah, was für ein grausamer Tod. An diese gewaltigen Märtyrer, die gestorben sind. Was war ein gewaltsamer Tod? Was können diese ärmsten Leute dafür? Sie waren in ihren Häusern, auf einmal fällt eine tonnenschwere Bombe. Und ihr kennt diese Verbrecher dieser Welt, die bei Allah nichts dazugelernt haben aus der Geschichte. Sie kommen immer mit dem Holocaust von damals, das war ein übles Verbrechen, was die Deutschen mit ihnen gemacht haben. Allen voran Hitler, aber anstatt zu lernen aus der Geschichte, machen sie dasselbe jetzt mit einem anderen. Was haben sie gelernt aus der Geschichte? Gar nichts haben sie gelernt. Wallahi, sie machen dasselbe. Und wo ist der Unterschied? Wie viele Leute sind gestorben? Wie viele Leute, wie viele Frauen sind verwitwet? Wie viele Kinder wissen nicht mehr, ob sie überhaupt jemals wieder in Europa kommen oder nicht? Ist das kein Terror? Bei Allah, das ist Terror. Wenn das kein Terror ist, dann verstehen wir alle die Welt nicht mehr. Aber ich will euch nur sagen, diese Leute, die ihr seht jetzt auf der Straße, die getötet wurden von diesem Regime, Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam über sie? In einer Überlieferung bei Ibnu Maja sagte er, Dieser, der als Naturer gestorben ist, er hat nichts weiter an Schmerzen erlitten, außer wie wenn jemand von euch von einer Mücke gestorben wird. Subhanallah, 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 du siehst, ein Körperteil ist links und ein anderes Körperteil ist rechts. Vielleicht ist er sogar entroptet oder sonstiges. Es sieht für dich gewaltig aus, aber was hat er nur erlitten bei Allah, soll er einen, einen Mücke entschliessen. Das ist alles. Abu Barra und die ärmsten Kinder, gut, jetzt wissen wir, der Schahid, er wird seine Belohnung bekommen und er wird gewaltig belohnt werden von Allah, aber was ist mit den kleinen Kindern, die jetzt ihre Eltern verloren haben und sie werden diese Sache niemals wieder in ihrem Leben vergessen. Auch dafür haben wir wunderschöne Hadithe. Höre diese Überlieferung, die bei Imam Ahmed überliefert wurde, liebe Geschwister, so sagte der Prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslimayni yamutu lahuma falafatu Aulad lam yabnu ulhintha illa adekharahumullah wa iyyahum bifadli rahmatihil jannah. Wenn ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind, wenn sie drei Kinder verlieren, die noch nicht das Pubertätsalter erreicht haben, so wird Allah subhanahu wa ta'ala, diese Kinder, die gestorben sind vor ihrer Pubertät, Allah wird sie mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit in das Paradies eingehen lassen. Dann sagen diese Kinder, die niemals ihre Eltern vergessen haben, sie sagen dann zu Allah azawajal, fayakulun, Allah azawajal sagt, odu khulul jannah, so geht in das Paradies herein, zu den Kindern, dann werden sie sagen, diese Kinder, hatta yajia abawana, nein, bis unsere Eltern auch mit uns hereingehen, in das Paradies, dann sagt Allah azawajal zu ihnen, fayakulun lahm, odu khulul jannah, antum wa abawakum, geht in das Paradies herein, ihr und eure Eltern. Allahu akbar, Allahu akbar, das bedeutet, vielleicht, vielleicht, hätten ihre Eltern es nicht ins Paradies geschafft, aber weil sie diese, diesen Schicksalsschlag erfahren haben, in der Dunja, so haben sie ihre Kinder verloren, aber diese Kinder, werden Yawmul Qiyamah für sie ein Weg sein, sie, die Eltern, in das Paradies mit einzubringen. Und das müssen wir verstehen, wir müssen Allah azawajal kennenlernen, liebe Geschwister, es gibt Kinder, die sind süß, sie krabben auf der Erde, du möchtest ihn am liebsten in den Arm nehmen, aber wenn er erwachsen ist, vergewaltigt er Kinder, wenn er erwachsen ist, tötet er Menschen, unschuldige Seelen, Allah weiß Dinge, die wir nicht wissen, und daher wird Allah azawajal für uns Muslime, für die Gläubigen, immer die beste Situation herbeifeln, ob du es verstehst oder nicht, vielleicht hasst ihr eine Sache, aber sie ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr eine Sache, sie ist aber schlecht für euch, jetzt beweist Allah uns, dass wir alle unwissen sind, aber weiß, wer ihr nicht wisst, Allah weiß, wer ihr nicht wisst, und dieses müssen wir jetzt erlernen, an dem heutigen Tag, in dieser geerrten Moschee, und ich bitte Allah azawajal, dass er die Moscheegemeinschaft hier segnet, und dass er jeden Einzelnen in das Paradies, ohne vorherige Abrechnung, eingehen lässt, Allahumma aminu, dieser Tag, an diesem Tag, werden wir studieren, warum prüft uns Allah azawajal, so wichtig, dieses Thema heutzutage, weil, viele der vorigen Muslime, den Islam durch diese Themen verursachen, weil sie nicht die Vorherbestimmung, Allah azawajal, kennengelernt haben, liebe Geschwister, das erste, was man sagen muss, warum Allah azawajal, subhanahu wa sallam, uns prüft, ist, amuscht zähn, ob wir behaftisch, oder, oder nimmazen, Allah azawajal, achasib alnaas, an yutraku, an yakulu, amanna, wahum la yiftanun, walaqad fettanna, alnazhin, min qablin, fala yaklamanna, alnazhin, sadaqu, wala yaklamanna, alnazhin, alf lammien, glaub in die Menschen, das benzinu, zagen, wie glaub, wir haben alle gesagt, ashadu al la ilahe dallah, wa ashadu al na muhammeda rasulullah, wir haben unseren Glauben begundet, was jetzt, was weiter, ist die Sache hier beendet, nein, sie fängt erst die Gade an, und das ist das Problem, manche Leute denken, mit der Shahada haben sie alles erreicht, mit der Shahada, fängt jetzt erst seine Prüfung an, alf lammien, glauben die Menschen, das wenn sie nur sagen, und sie glauben falsch, das wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen, wir haben doch diejenigen, die vor ihnen waren, geprüft, so hat Allah, azza wa jalli, gesehen, wer die Wahrhaftigen, und wer die Löhner sind, Allah wird uns so prüfen, wie diejenigen, die vor uns waren, warum, damit er sieht, wer wahrhaftig ist, und damit er sieht, wer ein Löhner ist, denn, wie viele Leute behaupten, dass sie gläubig sind, und du siehst sie, er sagt, ja, ein Muslim, und er lässt das die ganze Welt hören, aber wenn Allah ihn prüft, mit einer Sache, die dieser Muslim nicht mag, dann siehst du ihn, wie er auf seinen Fersen umkehrt, Richtung Kuffer, alayya al-billah, deswegen sagt Allah, azza wa jalli, Allah azza wa jalli, und Allah diese Wörter müssen wir uns beherken, denn vielleicht hören viele von uns zu dieser Ayah, und er merkt es nicht ein paar, Allah azza wa jalli, und unter den Menschen gibt es meinsche, manche, sie dienen Allah nur am Rande, schaut mal, wenn man hier den Rand berührt, dann kommt nur noch ein Schritt, der nächste Schritt ist, du fällst herunter, und du fällst der Tief, unter den Menschen gibt es manche, sie dienen Allah nur am Rande, jetzt erklärt Allah uns, warum, und das Beste ist, dass der Koran den Koran erklärt, das ist die sicherste Quelle für die Schwester, so sagt Allah azza wa jalli, wenn sie, solange es ihnen gut geht, sind sie zufrieden damit, wie gesagt, er kommt raus und sagt, bring mir ein Mutmen, ein Gläubigen, der stärker im Glaubnisreis ist, solange es ihnen gut geht, er hat zu trinken, er hat zu essen, er ist gesund, er verliert nicht sein Geld, er verliert nicht seine Heimat, solange es ihnen gut geht, sagt er, das ist eine großartige Religion, was für eine gewaltige Religion, sagt er, aber jetzt sagt Allah azza wa jalli, wenn er aber geprüft wird, mit einer gewaltigen Prüfung, dann kehrt er auf seinen Fersen um, er läuft Richtung Kuffel, khasirat dunya und ahlila, er verliert die dunya und die ahlila, das ist der größte Verlust, sagt Allah azza wa jalli. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten, liebe Schwestern, als Allah gesagt hat, und wenn ihn eine Fitna trifft, welche Fitna, welche Fitna könnte eine Person treffen, so dass er seinen Weg um, dass er in seinen Weg umkehrt, dass er den Weg der Gläubigen verlässt, und er geht in Richtung Kuffel, in Richtung Unglauben. Welche Fitna könnte das sein? Bitteschön, der Mann in Grau. Krankheit. Krankheit, sehr gut. Es gibt Leute, sie werden geprüft, mit einer gewaltigen Krankheit. Und diese Krankheit ist schmerzvoll. Und nicht nur das, sie dauert an, 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 obwohl der Diener vielleicht sehr viel Dua gemacht hat, sie geht nicht weg und vielleicht bekommt er noch andere Krankheiten zusätzlich. Und so passiert es bei manchen, die keine Geduld mehr haben, dass sie sagen, was soll diese Religion? Ich habe nur ein Schaden durch diese Religion bekommen, also verlässt er den Weg. Krankheit haben wir gesagt. Na? Freunde. Bitte? Freunde. Freunde? Verlust noch. Ja. Arm. Arm, sehr gut. Armut verspüren muss, Wallahi, dann siehst du ihm, wie er seinen Weg umdreht, wie er seinen Weg umkehrt. Und ich möchte, liebe Geschwister, dass wir von Agnur Rassah, dass wir von ihnen lernen. Sie sind arm, sie verlieren ständig ihre Kinder, ist ja nicht der erste Krieg. Seitdem will, ist nicht der erste Krieg, oder? Also du kannst die Uhrzeit einstellen, mindestens zweimal im Jahr gibt es einen größeren Krieg und dazwischen immer Konflikte. Und im Ramadan provozieren die Zionisten, die Muslime, ständig in der Al-Aqsa und gehen, wie ihr bisher geschickt habt. Und trotzdem, was lernen wir von Agnur Rassah? Sie sind arm. Sie werden gedemütigt, erniedrigt und trotzdem, subhanallah, so lieben sie Allah und du siehst niemals, dass ihre Liebe zu Allah azzawajah ist. Wallahi, das ist ein Verswort. Das ist eine Lehre für uns. Denn unter uns gibt es Leute, er liebt Allah nur, solange er einen Nutzen hat. Das heißt, solange er Geld hat, solange er zu essen, zu trinken hat, solange es ihm gut geht, ist er zufrieden mit Allah. Aber wenn Allah subhanallah, ihn prüft mit einer Prüfung, die dieser Diener nicht mag, dann siehst du, dass seine Liebe zu Allah verschwindet. Und die Liebe zu Allah darf niemals verringert werden, auch wenn die höchste und gewaltigste Prüfung ist. Nein. Allah wird immer vollständig geliebt. Ganz gleich, ob er uns mit etwas prüft oder nicht. Denn wir haben gesagt, diese Prüfung ist das Beste, was uns passieren kann. Wallahi, und ihr hört vielleicht Worte, die euch etwas erstaunen, das Beste, was uns passieren kann, ist das, was Allah in unserem Leben bestimmt. Deswegen sagen die Gelehrten in Mujawzi einen voran, er sagt, das Geheimnis der Glückseligkeit ist, dass du mit dem zufrieden bist, was Allah für dich bestimmt hat. Ein Satz, er hat dir die ganze Glückseligkeit erklärt. Wenn die Sache passiert ist, ist sie passiert. Wenn du arm bist, bist du arm. Du versuchst, Risse zu bekommen, Versorgung zu bekommen, aber wenn das nicht klappt, dann bist du eben arm. Und wenn du eine Krankheit hast, dann hast du eben eine Krankheit und nimmst Medikamente. Aber wenn das so sein soll, dann ist das so. Wir versuchen natürlich, die Sache zu bereinigen, aber wenn das so ist, dann ist das so. Und dann ist ein Muslim damit zufrieden. Und er, Wallahi, verringert nicht seine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alaihissalat wassalam als diese wunderschöne Frau von Aziz, von dem Staatsoberhaupt, als sie ihn verführt hat, den Propheten Yusuf. Sie wollte die abscheuliche Sinne mit ihm begehen. Und Yusuf alaihissalat wassalam war ein Prophet und er war Generationen von Propheten. Das heißt, er war nicht die erste Generation von Propheten. Vor ihm waren drei Generationen von Propheten. Was für eine Ehrung für Yusuf alaihissalat wassalam. Sie kommt zu ihm und spingt ihn dazu, die Sinne mit ihr zu machen. Und subhanallah, er lässt davon ab. Und dann sagt er, wenn du nicht diese Fitna, diesen Plan von diesen Leuten, von diesen Frauen von mir nimmst, dann werde ich mich ihnen zugemerkt fühlen. Und ich werde einer der Unwissenden sein. Was ist passiert? Yusuf musste zugeben, dass er derjenige war, der die Frau verfügte. Er hätte auch sagen können, dieses und jenes und er hätte alles tun können. Dann sagt er, Oh mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. Subhanallah. Und es wird gesagt, dass er drei bis sieben Jahre im Gefängnis war. Wegen einer Sache, für die er nichts konnte. Er wurde unschuldig, unschuldig in dieses Gefängnis hereingebaut. Und hier seht ihr, dass selbst die besten Diener Allahs, mit Sachen geprüft werden, die hässlich sind. Ein Gläubiger, ein Rechtschaffner akzeptiert das niemals für sich, dass er der Sinner beschuldigt wird. Aber sogar die Propheten wurden der Sinner beschuldigt. Und daher, liebe Geschwister, als Yusuf die Angegnung so hingenommen hat, wie sie auch von Allah bestimmt wurde, hat Allah sein Gefängnis zum Paradies gemacht. Was heißt hat Allah sein Gefängnis zum Paradies gemacht? Allah hat ihm die Seligkeit gegeben. Was heißt das? Du siehst Leute, die leben in einem Schloss und haben ein enges Leben. Richtig? Er hat alles in seiner Wohnung. Der braucht sich gar nicht zu bewegen. Ein Roboter bringt ihm alles. Da ist der Fernseher, da ist dieses, da ist jenes. Er hat ein ganzes Schloss. Stimmt, aber er ist nicht glückselig. Und dann siehst du manchmal eine Person, und die leben mit sieben, acht neuen Leuten in einem Zimmer und sind glücklich. Allah Das ist eine Sache, die Allah nicht jedem wie jede macht. Und daher, das was wir sehen nach außen, ist nicht immer das, was Allah auch tatsächlich in diese Sache hereingelegt hat. Allah als er uns gesagt hat, unter den Leuten gibt es manche, wenn sie eine Fitna trifft, dann siehst du ihren Glauben. Du brauchst mir nicht zu kommen und sagen, ich bin der Gläubigste. Wann seht ihr, ob eine Person gläubig ist? In der Zeit der Prüfung. In der Zeit der Prüfung kommt heraus, ob du gläubig bist. Solange das nicht gewesen ist, brauchst du gar nicht darüber nachzudenken, dass du gläubig bist. Jeder kann diese Region bestehen, wenn er auch nicht von irgendjemandem attackiert wird, wenn er auch nicht von jemandem angefeindet wird. Aber wer besteht diese Prüfung? Es bestehen sie nur diejenigen, die auch wissen, dass Allah als er uns erhebt, die Schwester. Das heißt, der erste Punkt ist, Allah, und das ist die Weisheit hinter der Prüfung, Allah möchte sehen, ob wir überachtigen oder nicht. Zweiter Punkt, schau mal, wenn Allah als erhebt, dich prüft, mit Krankheit, mit Armut, mit diesem oder jenem, Allah löscht dir die Sünde, ohne, dass du einmal sagst, ja, Allah vergibt mich. Allah möchte automatisch mit diesem Schicksal stehen nehmen, diesen, subhanallah. Was für ein barmherziger Gerd, Allah azza wa jala ist. Und? Wir sind doch Sünder. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, aber ich frage euch, Wallahi, Hand aufs Herz, ist es nicht so, dass wir selber zu uns sagen, eigentlich verdienen wir eher die Hölle als das Paradies? Weil wir kennen unsere Taten am besten. Natürlich, wir kommen unter den Geschwistern, der Bruder sagt dir, Masha Allah, yaaqib, was für eine Taqwa, Allahu akbar. Er weiß nicht, alles nicht. Deswegen sagt er dir, Masha Allah. Ja, aber bitte, warte auf, ich habe euch noch gesagt, füllen nicht, löschen das bitte, jazza wa jala. Warte auf, bitte nicht, nicht übertreiben. Soll ich euch noch, wenn es diese Kameras reichen wird? Niemand weiß, was du gemacht hast. Deswegen fallen sie auch auf dich herein. Auf mich fallen die Leute herein. Ihr denkt vielleicht, Masha Allah, und Tawarat al-Rahman, aber ihr wisst nicht, dass Abu Bala der Schlimmste aller Sünden ist. Muhammad ibn Wasi, rahmullahi wa ta'ala, einer der Taqirin, er sagte, und er war einer der Gottesverschließung, er sagte, Allahi, wenn die Sünden einen Geruch hätten, ihr würdet den Gestank neben mir nicht aushalten. Wenn die Sünden einen Geruch hätten, ihr würdet den Gestank neben mir nicht aushalten. Denke nicht, dass du was Besonderes bist. Denke nicht, oder glaube nicht den Leuten, die draußen kommen und sagen, Masha Allah, das sind die selben Leute, die dich glauben lassen, wenn du Kot in den Händen hast. Kot, a'udhu billah, sie lassen dich reinbeißen, weil du denkst, das sind Dackel. So schön haben sie dir das Leben gedrückt. Lass dich nicht von ihnen betrügen. Du weißt doch selber, wer du bist. Einer, a'udhu billah, der ist der schlimmste Sünder, dann kommt ein Bruder zu ihm und sagt dir, Masha Allah, du bist wieder in der Moschee, er sagt, es ist eine Gnade, die ich mir amal. Er ist der schlimmste Sünder, der war seit einem Monat nicht mehr in der Moschee. Deswegen, warmherzig soll Allah mit demjenigen sein, der sich selbst kennt. Stellt euch vor, und ich sage euch gleich etwas, was euch verwundern würde, stellt euch vor, Allah würde alle Sünden, die wir im Geheimen machen, an unserer Tür aufschreiben lassen von Engeln. Stellt euch dieses Mal vor, würden wir uns verbrauchen, wenn wir uns noch rauskriegen, wir würden zu Hause bleiben, du wirst uns nie draußen finden. Da haut mir so ein Wiener, was, wenn der hört, was ich gerade gesehen habe. Das war so damals gewesen, sagt Abdullah ibn Masoud, im Volke von Bel-Israel, hat Allah, a'udhu billah, die Sünden derjenigen aufschreiben lassen, die Sünder waren, so konnten die Leute an den Häusern vorbeigehen und an der Tür lesen, was sie an Sünden gemacht haben. Stellt euch vor, aber Allah, subhanahu, hat das geändert. Jetzt, wir sind im stillen Kämmerlein, wir sind ganz ausgeschottet von der Außenwelt. Wir können machen, was wir wollen. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Zwei Dinge. Einer nutzt diese Situation aus und du siehst, er schließt seine Tür ab, obwohl man sie nur zweimal abschließen kann, schließt er viermal ab und dann guckt er, was den Thron Allah, azza wa jajal, zum Leben bringt. Das ist eine Garung von euch. Der andere, er ist alleine. Er könnte dasselbe machen wie der Erste. Was macht er? Er macht Dua. Er bittet Allah, insana, subhanahu, und während dem Dua weint er. Er hört den Koran, er weint. Er gedenkt Allahs Erweinwut. Und er hat dieselbe Möglichkeit, in diesem stillen Kämmerlein alles zu machen, alle Gesetze Allahs zu sprechen. Von dem Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte uns, es gibt zwei Augen, das Höhnenfeuer wird sie nicht befangen. zwei Augen, das Höhnenfeuer wird sie nicht befangen. Und zwar sagt er, ein Auge, welches aus Ehrfurcht vor Allah geweiht hat, wann? Als diese Person alleine zu Hause war. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, das Höhnenfeuer wird nicht deine großartigen Körper wieder befangen. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, weil wir Sünder sind, schaut mal, was Allah azzawajal macht. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Reifung Ba'at-Tirmidhi Ida awaala allahum bi'abdin khayra ajjalala al-uquba fi'l-dumya Wenn Allah azzawajal für seinen Diener etwas Gutes vorgesehen hat, das heißt Allah liebt diesen Diener, dann beschleunigt er ihn die Strafe in der Dunya. Subhanallah. Wenn wir diesen Hadith lesen, wir sagen, dieser Diener wird bestraft. Warum? Was soll hier das Gute sein? Warum liebt Allah ihn? Wenn Allah ein Diener liebt, dann beschleunigt er ihm die Strafe in der Dunya. Warum? Weil Allah will ihn wohl nicht bestrafen. Sag es mir. In der Akhirah. Weil die Strafe in der Akhirah inna azab al-dumya ahwan in azab al-akhirah Die Strafe in der Dunya ist viel viel schwerer als die Strafe in der Dunya. Weisheit. Wallahi sei froh. Wenn du eine Sünde gemacht hast, dann knallst du mit dem Kopf gegen den Bücherschrank und dein Kopf fängt an zu bluten und sagt alhamdulillah Allahu al-akhirah welcher Blick das war. Allahu al-akhirah welches Raumschiff das war, was ich abgeschossen habe. Allahu al-akhirah mit welchem Mädchen ich gestetet habe. Sag alhamdulillah Allah hat dich sofort dafür gestattet. Merkt ihr das? Manchmal machst du eine Sünde und sofort kommt dich da. Allahu al-akhirah dann sage Allah alhamdulillah und danke Allah al-akhirah weil ich reinige Allah will dich reinige weil schau mal was Allah mit jemand macht den er nicht liebt. Wenn Allah einen Diener nicht liebt Möge Allah ein Diener nicht liebt Allah ich weiß nicht wie oft ich das wieder von sagt der Mann an der Wand der letzte Mann bitte lösch das Subhanallah macht mir doch nicht das Leben nicht mehr bitte lösch das Allah ilah nicht wenn Allah ein Diener nicht liebt dann belässt er ihn mit seinen Sünden um ihn zu bestrafen komm mir nicht mit Abu Bara schau mal ich sündige wie ich will mir passiert nichts du bist der er geht weißt warum dir nichts passiert weil Allah dich nicht liebt und er möchte diese ganzen Sünden weil du von morgens bis abends sündigst und nichts mit der Religion zu tun hast ich rede nicht über Leute die ihre Religion praktizieren Fehler begeben und bereuen ich rede über Leute die wirklich weit von Allah entfernt sind aber alles läuft tipptopp in seinen Leben Allah bestraft dich nicht in der Dunja sagt es mir warum damit er ihn in der Akhirah straft freu dich nicht wenn du keine Strafe bekommst in der Dunja freu dich nicht denn das ist kein Plus Punkt für dich sondern das ist eine Strafe anders kann man es nicht stellen wenn alles gut läuft in deinem Leben wir haben Leute subhanallah in unseren Ländern er kommt zu einem Bruder und sagt zu ihm schau mal du betest und du fastest und du liegst den Koran aber schau mal dein Leben an mir passiert nichts Jahil der ist ein Jahil das ist genau der Jahil den wir jeder Zeit haben warum lässt Allah also ja ging so weil er noch härter in der Akhirah bestrafen wird der dritte Punkt der Weisheit Allah und das ist jetzt der schönste Punkt Allah hilft uns obwohl wir regelmäßig für unsere Sünden bereuen obwohl wir versuchen unseren Pflichten nach zu kommen obwohl wir versuchen uns auf beste Art und Weise anzusteigen Allah prüft uns trotzdem ab warum höre diese Überlieferung von Rasulullah der sagte Allah für eine Person eine Paradiesstufe vorgesehen hat. Das heißt, Allah möchte nicht, nicht in irgendeiner Paradiesstufe. Wie viele Paradiesstufe haben wir? Wie viele haben wir? Es gibt unter dem Rima gelernt. Ach, seit wann haben wir acht Paradiesstufe? Sieben? Nein? Leg noch einen drauf. Hundert Paradiesstufe. Allahu Akbar. Wir haben hundert Paradiesstufe. Und zwischen den Paradiesstufen, sagt Ibn und Qayyim, gibt es Renken. Das heißt, nochmal Zwischenstufe. Von einer Zwischenstufe zur anderen ist der Unterschied sie zwischen dem Müll und der. Allah, er möchte für dich eine bestimmte Paradiesstufe. Daraufhin, und Allah weiß es am besten, du würdest diese Paradiesstufe niemals durch deine bloßen Taten erreichen. Niemals. Selbst wenn du tausendmal am Tag beten würdest, wenn du tausendmal fasten würdest, wenn du tausend Euro jeden Tag spendest, du würdest mit deinen Taten niemals diese Paradiesstufen erreichen. Wie erreichst du sie? Allah prüft dich mit Dingen, die du nicht magst, bis du diese Paradiesstufe erreichst. Weil Allah ist nicht zufrieden, außer dass er dich in diese Paradiesstufe reingeht. Und so hat Allah Azzawajal, dass wir ihnen in der Kala auch mit den Leuten in Palastin gemacht, die Geschwistern. Allah Azzawajal, er hätte ihnen auch einen anderen Tod gewähren können, dass sie vielleicht ganz normal im Todesbett sterben, dass sie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit sterben, dass sie vielleicht einen Autounfall haben und so sterben. Aber nein, Allah prüft sie und prüft sie. Warum? Er möchte sie in den höchsten Paradiesgärten insha'Allah haben und deswegen siehst du, dass Allah nur akzeptiert für diese Leute, dass sie als Märtyrer sterben. Möge Allah Azzawajal sie alle als Märtyrer annehmen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wir sind so und wissen gegenüber Allah. Wir denken, ja warum Allah? Glaubst du, diese Person, der diese hohen Paradiesstufen erreicht, glaubst du, er wird sich beschweren im Paradies? Wie du das gerade machst. Niemals wird er sich beschweren, sondern er wird sich wünschen, noch härter geprüft worden zu sein. Warum? Damit er noch gewaltigere Stufen erreicht, die Geschwister. Der vierte Punkt, Allahu akbar, was für ein Punkt. Die Prüfung vertreibt die Selbstbewunderung aus deiner Seele. Wie viele Leute, sie bewundern sich selber. Ich bin der und der. Ich bin der und der. Und ich kann das und das. Dieses liebt Allah. nicht. Und Allah hat uns ein Beispiel geprägt im Koran mit den Sahara und am Tage von Huneyn, das war eine Schlacht. Diese Schlacht, liebe Geschwister, da musste der Prophet s.a.w. improvisieren. Das heißt, er konnte nichts Großartiges machen. Und zum ersten Mal gingen sie mit so einer schlagkräftigen Armee heraus und mit einer entsprechenden Ausrüstung. Zwölftausend Mann waren sie. Zwölftausend Mann nach einer Welt. Und als sie zum Feind kamen, sagte einer von den Leuten, die in Huneyn mitgekämpft haben, von den Sahabern, er sagte, die Geschwister, hört, er sagte, An diesem Tag werden wir nicht verlieren, aufgrund von zu wenig Leuten, wir sind eine Gruppe, eine Armee, zwölftausend Mann, der Feind, sie waren viertausend Leute. Also, sie waren, welche Anzahl? Die? Dreifache Anzahl von den Muschlekun von den Götzen liefert. Also, haben sie sich selbst bewundert, einige unter den Sahabern, und haben gedacht, dass sie den Sieg erreichen werden, aufgrund ihrer Anzahl. Was hat Allah gemacht? Er hat ihnen eine Lektion erteilt, die sie nie wieder vergessen haben. Er hat sie verlieren lassen. Und kaum kamen sie, das waren ein Tal, die Geschwister, so gab es die Gegner von den Muslimen, sie haben sich oben am Tal um sie geschaut und mit Bögen auf sie geschossen. Und sie waren ausgeliefert. Und viele Sahaba sind weggegangen. Welche Sahaba? Das waren die, die in Fath Mekka, die gerade Neuen zum Islam kommt jetzt, sind Abkommen. Nicht natürlich die Edelsten Sahaba, die waren Männer gewesen. Sie sind geblieben, aber trotzdem Allah hat ihnen was? Allah hat ihnen eine Lehre erteilt. Allah hat ihnen eine Lehre erteilt. Warum? Damit du dich nicht selbst bewunderst. Und bitte gestattet mir hier ein Ausrufezeichen. Wallahi auch das wollen wir korrigieren bei unseren Geschwistern wie für Allah lieben. Manche Geschwister sagen ihr werdet auf Amerika an unserer Seite würden Palästin gewinnen. Richtig oder falsch? Ich will euch hören. Richtig oder falsch? Falsch. Ahudu bin lah. Wer ist derjenige, der über alles die Macht hat Allah? Und der Sieg ist nur von Allah. Und ich möchte euch nur eine Schlacht als Beispiel geben, damit ihr versteht, was es bedeutet, dass der Sieg von Allah Wir brauchen kein Amerika und kein Westen. Wir brauchen nichts von diesen Leuten. Wir brauchen nur Allah und Allah hat einmal eine Schlacht bestimmt. Das war die Schlacht von nicht Sie sind vom Geschlecht her männlich, aber haben mit der Männlichkeit nichts zu tun. Ich rede von Männern. Möge Allah uns vergeben für unsere Weiblichkeit. Ich rede von Männern. Schau mal, wir sind so weiblich geworden, wir trauen uns nicht mal zu sagen, Pakistan ist im Recht. Wallahi, du siehst Leute, ich will keine Probleme. Du hast schon dein Problem. Was ist das? Vor wem sollen wir uns verstecken? Wir verstecken uns von niemandem. Wir sagen die Wahrheit. Frage, stehen wir auf der richtigen Seite? Wir sind doch, wer Terrorist ist und Opfer sind. Angeblich gibt es doch Menschenrechte. Richtig für alle außer für die Muslime. Das ist das, was wir sehen. Und die Reporter, die heute unter uns sind, ruhig schreiben. Kein Problem, schreibt. Wer schreibt, der bleibt. Ja, ja. Also, wie sie sich unter uns mischen und so tun, als ob sie Muslime sind. Aber so kennen wir die Feige. Einmal wenden, wer feige ist. Natürlich werden sie nicht. Auf jeden Fall. Schaut mal, Geschwister, damit wir lernen, 3000 Muslime gegeben hunderttausend Götze in die Lande. Und sie haben sie vernichtet. Sie haben den Kampf gewonnen. Warum? Und der Sieg ist nur von noch. Das sollten wir lernen. Wir brauchen kein Amerika und kein Westen. Wir brauchen kein Besten, aber wir brauchen die Beste. Wer sind die Beste? Das sind die Männer unter uns. Und ich möchte euch eins sagen, wenn wir uns zu unserer Religion zurück besinnen, ob wirklich Männer werden, das heißt, wir präsentieren den Islam mit Stolz und wir gehen mit erhobenen Köpfen, erhobenen Köpfen meine ich nicht, dass du hochmütig bist, weil erhobene Köpfe für was? Für den Islam. Dann gibt es eine Chance, dass uns Allah sagt, Allah wird niemals die Situation von einem Volk ändern, bis sie sich selbst ändern. Aber solange wir uns nicht selbst ändern, solange wir so bleiben, wie wir sind, schau mal, und ich möchte hier wieder eine Klammer auf und Klammer zu machen, verzeiht mir, wir sind auf den Demonstrationen und du siehst, ich will nicht behaupten, dass er keine Ehre, kein Stolz für seine Brüder hat, aber wir sollten eins lernen, liebe Geschwister, wird Allah uns den Sieg geben, indem wir zwei, dreimal grünen, bei einer Demo und dann nach Hause gehen, kriegen wir so den Sieg, oder einer kommt und macht ein Rap über Palästin, er rufe bin, er hat uns so etwas beigebracht, und dann einige Scherab von uns, die sowieso nichts zu tun haben, der ist immer dabei, wenn es die Schlinge reingeht, der ist der Erste, dann kommt ihm da heute wieder was los, und dann geht er und macht damit, und sie beschädigen Autos und beschädigen Häuser, eine Frage, was hat Max Müller mit deiner Demonstration zu tun? Okay, dich beschäftigt diese Angelegenheit, aber Max und Hans interessiert das vielleicht nicht. Wie kannst du sein Auto kaputt machen? Wie kannst du sein Haus kaputt machen? Monotov Ducktales in die Häuser herein wer hat euch so etwas weitermacht in die Schüssel? Wollen wir mit Haram den Sieg erlangen? Nach der Demonstration gehen viele in die Shisha wagen. Ja. Am nächsten Tag wendet ihr fächeln? Nein, 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 nein. Subhanallah, wenn in unserer Moschehe so viele wären wie bei der Devo hat und nur damit ihr versteht, Geschwister, dass wir noch weit vom Islam entfernt sind, verzeiht mir, ich möchte euch nicht kritisieren, aber diese Hörer müssen gesagt werden, schaut mal, wie sehr sich die Herzen rühren und bewegen, wenn es um Palästin geht. Der Islam wird seit 20 Jahren durch den Kakao gezogen. Habt ihr auch so eine Menschen rege gesehen für den Islam? Warum nicht? Ist Palästina im Gewicht höher als der Islam? Sagt es man? Aber wie kann es sein, dass so viele Herzen bewegt werden und sie schreiben und verteilen und in sozialen Netzwerken und das und Ungerechtigkeit und klar, aber wo war das alles bezüglich des Islams? Warum hast du da nicht so viel hier kurz wir sind noch weit entfernt vom Islam Möge Allah uns verzeihen wir sind noch weit entfernt vom Islam wir sind keine Leute die Nationalität stolz haben sondern die Nationalität konntest du dir nicht aussuchen wohl aber die Religion die konntest du aussuchen und dann unsere Schwester sind immer dabei sie tanzt da bei der Ding so wollen wir Palästin befangen eine kommt verzeiht mir ihre ganze Brust ist offen aber sie hat eine Kette Allah Was hast du mit Allah zu tun was hast du mit Allah zu tun wir müssen uns erst mal erziehen wir haben mehr Jahiliya als uns lieb ist und mit dieser Jahiliya wir haben es doch gerade gesagt Allah wird nicht die Situation von einem Volk ändern bis sie sich selbst ändern Ehe das nicht geschieht wird Allah uns auch nicht sehen gehen der nächste Punkt schaut mal was die Prüfung bewirkt was wir gesagt haben dass du Diener Allah verstehst was die Stellung von der Dunja ist manche Leute sie lieben die Dunja über alles sie lieben die Dunja über alles Allah er sagt uns Allah sagt das Jenseits die jenseitige Wunsch das Paradies ist wahr nicht das eigentlich Leben nicht das hier ist dein Leben das hier ist für dich nur was ein ein Sprung direkt wohin in das Jenseits mehr nicht und was dieses Leben in der Dunja anbelangt schaut mal wie schwer ertragen wir diese Nachrichten was mit den Palästinensern und anderen passiert das ist Unglück das ist Leid das ist Kummer das ist Sorge wie viele von uns haben ihre Familien verloren die sie so sehr geliebt haben das ist ein Prüfungsort und nicht das Paradies Wann lernen wir das endlich in diesem Prüfungsort gibt es keinen vollständigen Frieden und es gibt nicht ewige Glückseligkeit und in dieser Dunja gibt es auch nicht dass Allah das Leid und den Kummer von dir wecknet nein schaut mal was die Paradies Bewohner sagen wenn sie das Paradies betreten die 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 Sorgen und Kummer und Traurigkeit von uns gemacht im Paradies gibt es das nicht mehr im Paradies gibt es das nicht mehr die Gelehrten sagen über diese Ayah Im Paradies liebe Geschwister gibt es kein Tod mehr schaut mal wie viele Leute nur daran denken wenn ich sterbe dann das und er fängt an depressiv zu werden im Paradies gibt es keinen Tod mehr und es gibt niemanden den du verlierst von deiner Familie und es gibt keine Angst und keine Sorgen und kein Leid von Bosa wie Traurigkeit kommt das ist das Paradies Subhanal Malik das ist das Paradies Allah Azzawajal er hat Jibril Aleyhi Salatu Was Salaam geschickt zu wem zu Muhammad Sallallahu Aleyhi Was Warum wegen seiner Frau Khadija Khadija die Briefung ist bei Bukhari sie war sehr erschöpft und war sehr mitgenommen von ihrer Krankheit und sie nach ihrem Tod ist bin Allahu Anabina und das ist kein Leichter Zustand wie ich gestern sie war sehr sehr geschickt Das ist Khadija und Khadija ihr wisst welche Frau war das Frau Rasulullah das war die erste Frau er hat sie sehr sehr gegeben sogar Aisha ist sehr eifersüchtig gewesen obwohl sie schon tot war Khadija nicht boh und so ist sie eifersüchtig geworden so sagte Jibril Aleyhi Salatu Was Salam das ist Khadija der mit einem Gericht mit Fleisch Suppe oder etwas zu essen oder zu trinken zu ihnen kommt und dann sagte er zu ihnen wer Jibril Aleyhi Salatu Was Salam Er sagte zu Mohammed Sallam Wenn Khadija dich ereicht oder wenn du sie ereicht dann grüße sie von Allah Allah hat ihr ein Gruß geschickt dann grüße sie von Allah und in meinem Namen sagt Jibril und überbringe ihr die frohe Botschaft dass sie im Paradies ein Palast bekommt in dem es weder Lärm noch Mühe noch Anstrengung noch Müdigkeit gibt sie wird ein erholtes Leben im Paradies haben diese Worte hat sie gehört bevor sie diese Welt verlassen Allah ist in der Lage uns alles zu geben was er möchte subhanahu sie wieder zu sehen ja oder nein wenn wir unseren Vater verlieren unsere Mutter verlieren begehren wir sie wieder zu sehen wenn wir sie in der Dunja wieder sehen nein wir können auch nicht zum Friedhof gehen und das Grab aufmachen und reingucken sondern die Dunja ist vorbei aber welche Chance besteht dass wir sie wo sehen in Achila im Paradies möge Allah so sein uns mit unserer Familie beeilen die du sehr geliebt hast Allah wird nicht wenn das war die letzte Frau wieder mit ihr verheiraten in ein Jenga Allahuakbar das ist Allah subhanahu du hast hier dein Vermögen verloren in dieser Dunja Allah wird dich zu den reichsten Menschen machen du bist einfach nur reich ob man von links oder von rechts die Sache angeht du bist einfach nur reich Allah gibt dir aber manchmal musst du so geprüft werden bis du sagst dieses Leben ich habe es sagt das ist kein Leben ich möchte das Leben in einem Jenga als er dabei war zu sterben sagte seine Frau zu ihm sie sagte du wirst sterben und dann fing sie an zu weinen und sie hat bitter nicht gemeint er sagte zu mir morgen werde ich Mohammed und seine gefährten im paradies was für sie gezählt hat was alles für diese leute gezählt hat nur eine einzige Sache dass sie im paradies befreit werden von einem jeden Kummer von einem jeden Leib diese Angelegenheiten gibt es nicht mehr und der letzte Punkt den ich nenne liebe Fehler nachzudenken was meint wir haben wir Fehler viele Fehler werden wir eine Ere dass Allah bestätigt dass wir aufgrund unserer Fehler bestraft werden jetzt möchten wir sehen wer sich mit dem Koran beschäftigt oder wer lieber auf Demonstration steigen wird nein werden wir eine Ere wo Allah bestätigt dass wir aufgrund unserer zin de so wie schaff es ber du w w r w ta Female zil 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 Und manchmal ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala was macht? Er bestraft die Menschen für ihre Fehler. Für ihre Fehler bedeutet für ihre Sünde. Und sie sagten, Und das ist das meiste, was bei den Menschen vorkommt. Natürlich, wir wissen für die Leute, die so gut wie nicht sind, Und wenn sie sündigen, dann bereuen sie. Für sie sind diese Prüfung was? Ein Zeichen von Allah azza wa jajal, dass er sie liebt. Aber andere Leute, die viel sündigen, Allah azza wa jajal macht was bei ihnen? Allah subhanahu wa ta'ala er reinigt sie mit diesen Schicksalsstädten, die auf diese Leute zukommen. Allah reinigt sie von ihren Sünden. Und auch in dieser Reingelung liegt eine Barmherzigkeit von Allah. Ansonsten würden die Sünden dich begleiten bis Yawm al-Qi'la. Subhanallah, das sind die Worte Allahs. Frage, wer hat heute etwas Neues dazu gehört? Alhamdulillah. Wenn einer uns heute sagt, Allah ist doch ungerecht, Uliyadu billah. Und das hörst du leider viel, viel, viel. Deswegen habe ich dir auch diesen Vortrag hier in eurer geärten Einwesenheit gemacht. Sagen wir Allah ist ungerecht? Alhamdulillah. Allah weiß, was wir, was wir nicht wissen. Und Allah macht das Beste für, für uns. Auch wenn es in den Augen der Leute sehr hart aussieht. Richtig, das sieht hart aussieht. Aber, Frage, wenn du jetzt wüsstest, dass du nach einer Prüfung, ganz gleich welche Prüfung, sofort in das Paradies hereinkommst, würdest du diese Prüfung ertragen wollen? Hä? Sofort, oder? Ohne mit der Wünfer zu zirken. Derjenige, der dich sieht und sieht, wie du geprüft wirst, er weiß nicht, was du gerade in Aussicht gestellt bekommen hast, dass du sofort in das Paradies gehst. Deswegen versteht er gar nicht, wie du das alles aussäßt. Möge Allah uns gewöhnlich machen. Möge Allah allen Muslimen auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah die Unterdrücker in dieser und in der nächsten Welt bestrafen. Möge Allah uns niemals zu ungerechten Menschen machen, die jede Art von Menschlichkeit verlieren. und auf dem anderen Muslimen servicios zu kämpfen. Möge Allah die inne machen. Möge Allah die Auslouf, der Erste auf uns, die Beine Muhammad und der Ehreinlos, und der Erste auf uns, und der Erste auf uns, die Erste auf uns. Vielen Dank.